Gehen wir noch kein Schatz in der Nähe Was ist denn das hier in der Kiste? Ah ok Auch nochmal ein bisschen Chia halten Aber gefällt mir bisher wirklich sehr gut was hier so abgeht Wow Aber das in der Zeit gerade eben Das war wirklich sehr gut Was haben wir denn hier vorne? Gucken wir mal Da können wir nicht durch Ok Merkwürdig, merkwürdig Aber das in der Zeit hat man gerade eben gesehen Es wird einfach zurückgespult alles Nur wir können uns dennoch Sag ich mal Normal weiter bewegen Aber wir sehen natürlich wie wir uns rückwärts bewegen Und Was Wie die Zeit stehen bleibt Hier sieht es genauso aus wie An einem der Orte die ich in einem alten Buch über Dragonland gesehen habe In diesem Thron lagerten einst die großen Schätze alter Zivilisationen Aber wo soll ich suchen? Gestern stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen Aber genau deshalb bin ich hier Mir ist bewusst Dass dieses Land voller Gefahren steckt Doch ich bin gewählt den Preis für neues Wissen zu zahlen Ich werde auf meinem Weg immer wieder kurze Nachrichten hinterlassen Sie werden dem Leser hoffentlich helfen Edward Boyle Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur Okay Aber ich sehe hier auch wieder Steinstatuen Was sieht wie ein großer Schalter aus? Was wohl passiert wenn ich da drauf trete? Ja ich denke überlegen bringt nichts Einfach drauf treten Aber ich will trotzdem Oh die Truhen sind schon geöffnet worden Okay dann Auf den Schalter Ja toll Ja das ist ganz sicher der Schalter Das muss der Türschalter sein Okay jetzt schlagen die auch langsam zurück Wow Wow Ja okay Ist schon in Ordnung Sehr gut Die Wächter sind irgendwie mit diesen Dingen verbunden Aber was bewachen die eigentlich wenn all die Kisten leer sind? Nächstes Mal schlaft ihr besser weiter Ah Wo wir jetzt auch so K.O. Moves machen mit der Rheins Aha Das ist doch mal sehr gut zu wissen Haben wir alles so weit kaputt gemacht? Ja aber wozu Wozu war jetzt der Schalter gut? Noch ne Ein Krug Ah okay Ja die Unsichtbare Wand ist weg Muss die gesamte Zivilisation zerstört haben Okay Aber ich fände trotzdem ein bisschen Ein bisschen mehr Storytelling Gut Oder würde dem hier ganz gut tun Wir machen mal alles kaputt Wir machen mal alles kaputt Weiß ja nie ob man eventuell doch irgendwas findet was man Gebrauchen kann Äh ich guck mal kurz auf die Auf unseren Kompass Gut wir sehen aber immer noch kein Schatz Was haben wir denn hier? Die Farbe dieser Blumen macht mich nervös Wow Jetzt hab ich's kaputt gemacht Hm Verdammt Wer zum Teufel seid ihr denn? Nein 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 Bleibt weg Kusch Raus hier Geht wieder dahin wo ihr hergekommen seid Alter Was war das jetzt für ein Vieh? Ah hier sehen wir es Heuschrecke Also werden all unsere Feinde hier Äh gespeichert Was haben wir denn noch? Äh Spinne Wäscher des Drachenwegs Also drei Gegner bisher Was haben wir hier? Gleiten Chi sammeln Okay das sind unsere zwei Fähigkeiten bisher Und natürlich unsere Waffen Haben wir auch nicht viel Äh Katanas hab ich jetzt ausgerüstet Schwerz Äh ne Ja komm nehm ich mal hier Schwerz hat das Äh Der Drachen macht Die rüste ich mal wieder aus Okay hab ich jetzt alles? Ich denk mal ja Gehen wir einfach weiter Wer in aller Welt stellt bloß diese magischen Barrieren auf? Der Altar? Ist er das? Beobachtet er mich? Aber warum sollte er mich aufhalten? Das ist eine sehr gute Frage Ich hoffe die wird uns bald beantwortet Jetzt haben wir ein Gewehr Wirklich nicht schlecht Okay Wo war das Ziel jetzt? Hier Oh nein Aber man sieht es macht richtig gut Schaden Und hält die Gegner auch zurück Nur sollte man auch zielen können Yes Sehr gut Wow Okay Gewerf gefällt mir Richtig geil Wow Hier werden wir noch eine Menge Spaß mit dem Gewehr haben Ja gut Machen wir jetzt die kleinen Kisten noch mit kaputt Das war auch ein Schatzjäger der Ja anscheinend genau hier an dieser Stelle gestorben ist War vor uns hier Aber wir haben sein Gewehr Immerhin Kann er ja eh nicht mehr benutzen Von daher Sehr gut Und jetzt denke ich mal Ist die magische Barriere wieder weg Genau Und wir können den Hebel betätigen Sieht er etwa Grimassen Aha Lachst du mich etwa aus Hä? Ah Ah Okay Und da sagt er Kompass immer noch nur ein gelber Pfeil Also so wirklich viele Schätze scheint es Nicht zu geben Oder noch nicht zu geben Sag ich es mal so Wer ist da? Ich höre euch atmen Kommt raus! Wir haben einen hervorragenden Spurensuche unter uns Selbst die riesigen Spinnen auf die wir trafen Konnten John nicht überraschen Zweifelsohne sind wir die ersten Die diese Tiere zu Gesicht bekommen haben Es ist wirklich absolut unglaublich Von der Spinne die wir töten konnten Habe ich Proben genommen Sobald wir Rast machen Werde ich versuchen Ein paar Tests damit durchzuführen Allein die Anatomie dieser Kreatur Wirkt auf den ersten Blick schon ungewöhnlich Ich bin ganz außer mir vor Begeisterung Edward Boyle Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur Okay Noch eine Seite Irgendwer ist noch hier Hört ihr das? Irgendetwas ist hier Was mir Angst macht Und sie guckt irgendwie auffälligerweise immer nach oben Ich weiß nicht was sie sieht Aber ich höre was Ach da vorne Alter Meine Güte Du auch Alter sind das Das sind üble Viecher hier Die Die Heuschrecken Das sind richtig üble Viecher Aber das Gewehr gefällt mir doch mal so geil Aber ich höre wieder eins Ah verdammt Zu spät gesehen Viel zu spät gesehen Okay Der wäre da oben schon mal erledigt Ich glaube es sind noch ein paar Ja genau Ihr gebt wohl niemals Ruhe Was Hier noch einer Und das war der letzte Was für ekelhafte Monster Wenn wir hier überall auf der Insel sind Weiß ich nicht was ich dagegen tun soll So haben wir nicht gewettet Zero verpasst er den ganzen Spaß Wo zum Teufel steckt er nur? Wer ist denn Zero eigentlich? Sehr gute Frage Ich hoffe wir begegnen ihm bald Und dass er uns auch mal hilft hier Gegen diese üblen Gestalten Aber er ist schon wieder so eine helle Pflanze Was macht die denn? Ich weiß nicht was die Pflanze macht Aber sie scheint nicht gut Auf uns zu sprechen zu sein Na jetzt eigentlich auch egal Nächster Hebel Nächste Tür Und wieder eine größere Kampffläche Wir werden angegriffen Menschen Zero könnte hier irgendwo sein Los Leute Wow die halten sehr viel aus Die kleinen Ja ist doch in Ordnung Ich glaube ich sollte lieber mal die Größeren von denen erstmal erledigen So da vorne ist noch Das Riesenvieh Sehr gut Oh mein Gott Das war anstrengend Das war wirklich anstrengend Bisher gefällt mir ja gar keine Gegnerart Die bis jetzt auf uns gestoßen ist Finde ich alle sehr lästig Was haben wir hier? Ein Altar Sehr gut Wahrscheinlich können wir da neue Fähigkeiten Kaufen Neue Attacken Neue Moves Neue Waffen Gegenstände Ausrüstung Etc Wer braucht denn so ein riesiges Tor? Jemand der was zu verbergen hat Denke ich mal Aber hier haben wir auch nochmal einen Weg Ich glaube da gehen wir gleich hin Erstmal Altar abchecken Was wartet diesmal auf